Musik Willkommen zu unserem Ressourceneffizienz-Magazin von der Hochschule Pforzheim. Jedes Jahr im Mai ist an der Hochschule Pforzheim Exkursionswoche. Die Studierenden im höheren Semester schwärmen dann aus und besuchen zusammen mit ihren Professoren Unternehmen und Produktionsstätten. Im Studiengang Ressourceneffizienz-Management geht es diesmal nach Hamburg. Aber zuvor wird noch ein Abstecher in Schweinfurt gemacht. Das Gemeinschaftskraftwerk GKS ist ein Kohlekraftwerk mit angeschlossener Müllverbrennung. Der Geschäftsführer selbst stellt den Besuchern aus Pforzheim die Funktionsweise des Kraftwerks vor. Dann geht es in die Anlage. Das Kohlekraftwerk hat eine Feuerungsleistung von etwa 120 Megawatt. Dazu kommen noch drei Kessel für den Abfall von je 20 Megawatt. Jährlich werden hier 180.000 Tonnen Müll verbrannt. Insgesamt lassen heute über eine Million Einwohner ihren Restmüll über das Kraftwerk in Schweinfurt entsorgen. Obwohl es sich hier nur um Müll handelt, ist die Anlage Hightech. Nur so kann der Müll umweltfreundlich verbrannt werden und sein Energiegehalt für Strom oder Fernwärme genutzt werden. Danach geht es weiter. Am Abend ist das eigentliche Ziel erreicht, Hamburg. Die Firma Aurubis wird am nächsten Morgen besucht. Aurubis ist weltweit der zweitgrößte Produzent von Kupfer und der weltgrößte Recycler von Kupfer. Das Unternehmen, das früher norddeutsche Affinerie hieß, produziert Kupfer seit 1910 im Stadtteil Vettel südlich der Elbe. Am Standort Hamburg arbeiten 2200 Mitarbeiter und verarbeiten jährlich über zwei Millionen Tonnen Kupferkonzentrat. Der Rohstoff kommt überwiegend aus Südamerika und wird über den Hamburger Hafen angeliefert. Kupfer hat eine Besonderheit. Es kann in beliebigem Reinheitsgrad auch aus Recyclingmaterial wiedergewonnen werden. Rund ein Drittel der Kupfererzeugung erfolgt durch die Verarbeitung von Kupferschrott und kupferhaltigen Rückständen aus der Industrie. Selbst Elektronikplatinen dienen noch als Rohstoff. Bei Aurubis in Hamburg erfolgt die Kupferproduktion in einem mehrstufigen Prozess, bei denen das Kupfer immer weiter aufkonzentriert wird. Das Kupfer wird über den Hamburger Hafen als Kupferkonzentrat transportiert. Das Kupferkonzentrat stammt überwiegend aus Südamerika und enthält bereits einen Kupfergehalt von 20 bis 40 Prozent. In einem Schwebschmelzofen wird aus dem Konzentrat der sogenannte Kupferstein gewonnen mit bereits über 60 Prozent Kupfergehalt. Im Konverter wird nun Sauerstoff zugeführt, der sich mit dem im Kupferstein enthaltenen Schwefel verbindet. Bei diesem chemischen Prozess entsteht so viel Wärme, dass der Prozess durch Zugabe von Kupferschrott gekühlt werden muss. So entsteht ein Kupfer, das schließlich einen Metallgehalt von 99,5 Prozent hat. Das reicht aber für viele Anwendungen nicht aus. Deshalb gießt man in der Anodengießmaschine aus sogenannte Kupferanoden. Durch einen elektrischen Prozess, die Elektrolyse, entsteht schließlich hochreines Kupfer in Form der sogenannten Kathode. Bei dem Prozess werden große Mengen Schwefeldioxid frei, die über die Abgasreinigung abgeführt und zur Schwefelsäure umgewandelt wird. Einem wichtigen Grundstoff für die chemische Industrie. Mit jedem Kilogramm Kupfer entsteht auch ein Kilogramm Schwefelsäure. Die Gießprozesse sind für Besucher natürlich spektakulär. Von der Ferne darf man aus Sicherheitsgründen den Prozess zuschauen. Besonders eindrucksvoll ist das Anodengießen in dem sogenannten Anodenkarussell, in dem die Anoden dann abkühlen und schließlich abgeschreckt werden. Für die meisten Anwendungen, zum Beispiel in der Elektrotechnik, reicht der Metallgehalt des Anodenkupfers aber nicht aus. Deshalb wird in einer Elektrolyse, das heißt mit Einsatz von elektrischem Strom, der Kupfergehalt auf 99,99 Prozent gesteigert. Die Kupferkathoden können dann eingeschmolzen und zu Barren oder zu Träten verarbeitet werden. Quasi als Abfallprodukte entstehen weitere Metalle, darunter jährlich 1200 Tonnen Silber und 50 Tonnen Gold. Die Studenten aus Pforzheim interessiert besonders die Frage nach den steigenden Energiekosten in Deutschland und die Bedeutung für das Unternehmen. Denn für jedes Kilogramm Kupfer werden etwa zwei Kilowatt Strom benötigt. Doch Hamburg hat noch mehr zu bieten. Was wäre Hamburg ohne eine Hafenrundfahrt? Eine Barkassenfahrt, insbesondere durch den Containerhafen, ist Pflichtprogramm. Der Hamburger Hafen ist eine Drehscheibe für Rohstoffe und für Produkte. Er ist der zweitgrößte Seehafen in Europa und schlägt bis zu 140 Millionen Tonnen Ware jährlich um. Hamburg hat einen der modernsten Container-Terminals. Im Containerhafen kommen über 9 Millionen Container im Jahr an. Die größten Containerschiffe können dabei weit über 10.000 Container transportieren. Aber Hamburg hat auch Kultur und Unterhaltung zu bieten. Die imposante Elbphilharmonie ist allerdings noch nicht fertig und erinnert eher an Stuttgart 21. Heute war beeindruckend Arubis. In erster Linie die Größe und die Art und Weise, wie sie die ganze Sache handeln. Die Bootstour war interessant, waren viele Informationen über Hamburg und außerdem hat man den ganzen Hafen schön gesehen. Heute bei der Werksführung bei Arubis war es sehr interessant, die ganzen theoretischen Ansätze, die wir in den Vorlesungen gelernt haben, einmal in der praktischen Umsetzung kennenzulernen. Am nächsten Tag steht ein weiteres Metall auf dem Besuchsprogramm. Diesmal das Leichtmetall Aluminium. In Finkenwerder steht das Aluminiumwerk der Firma Hydro, einem norwegischen Konzern. Darf ich vorweg sagen, es ist eine sehr schöne Stadt, aber Sie haben auch Glück. Sie haben ein sehr schönes Werk ausgewählt, weil wir hier bei uns im Werk noch von der Flüssigphase bis am Ende alles haben. Das finden Sie so einfach in Deutschland schon mal wahrscheinlich kaum noch. Bevor die Pforzheimer Studenten durch das Werk geführt werden, werden die wichtigsten Sicherheitsvorschriften erläutert. Unfälle zu vermeiden, hat hier höchste Priorität. Dann geht es in kleinen Gruppen los, jeweils begleitet von zwei Ingenieuren, die alles erklären können. Die Firma Hydro verarbeitet hier jährlich 240.000 Tonnen Aluminium. Die Hälfte stammt dabei aus Primäraluminium, die andere Hälfte ist Recyclingaluminium. Das Aluminium liegt dann in solchen 5 Meter langen Baren vor. Ein solcher Baren wiegt etwa 15 Tonnen. Diese werden dann in der Waldstraße gewalzt. Im Warmwalzverfahren sind die Baren 500 Grad heiß und werden mit einem enormen Druck immer dünner gemacht. 15 Mal werden die Baren durch die Walzen geschickt und jedes Mal ist der Baren etwas dünner. Besonders wichtig ist die Kühlemulsion, die nicht nur zum Kühlen da ist, sondern den Druck auch geeignet weitergeben muss. Bei jedem Walzvorgang dehnt sich der Baren in seiner Länge aus. Deshalb braucht er zum Schluss auch viel Auslauf. So können Bleche bis auf wenige Millimeter dicke hergestellt werden. Die Baren waren noch 60 Zentimeter dick. Die Bleche sind aber ein Vielfaches länger als der ursprüngliche Baren. Der gesamte Vorgang wird von einer Leitwarte aus gesteuert. Hier ist Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefordert, um die Anlage optimal einzusetzen und hochwertige Produkte zu bekommen. Zum Schluss werden die Bleche auf Rollen, sogenannte Coils, aufgewickelt. Jeder Coil wiegt etwa 10 Tonnen. Er wartet auf den Abtransport zum Kunden, da das Halbzeug weiter bearbeitet und schlitzendlich zu Endprodukten macht. Die Bleche können aber auch weiter konfektioniert werden, zu flachen Blechen umgeformt oder es werden Blechstreifen geschnitten. Die Studenten aus Pforzheim können live das sehen, was sie noch vor einigen Wochen im Hörsaal gelernt haben. Der nachhaltige Umgang mit Rohstoffen heißt, dass wir bei der Gewinnung und Herstellung der Rohstoffe schauen müssen, dass wir das umweltfreundlich machen. Da haben wir hier in Deutschland relativ hohe Standards. Das konnten wir jetzt eben zum Beispiel auch hier in Hamburg bei den verschiedenen Unternehmen sehen, die Kupfer herstellen, die Aluminium herstellen. Aber das ist nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist Recycling. Wir wollen unsere Rohstoffe im Kreislauf führen und auch dazu brauchen wir großindustrielle Prozesse. Prozesse, die im Übrigen auch sehr viel Energie verbrauchen, was aber zwangsläufig eben mit zur Kreislaufwirtschaft dazu gehört. Eine weitere Station auf der Exkursion ist die mittelständische Firma Wolle in Lauenburg. Das Chemieunternehmen stellt unter anderem Farbe und Lacke her. Bei Wolle ist die Energieeinsparung ein besonderes Thema, in der Produktion an den Kesseln oder durch Wärmeverlust in den Gebäuden, dem man durch Schnelllauftore zu begegnen sucht. Wie bei vielen Unternehmen gibt es auch beim Druckluftsystem oder bei den Lüftungsanlagen Einsparpotenziale. Wolle konnte durch gezielte Maßnahmen 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr einsparen. Das sind 774 Tonnen CO2, die weniger freigesetzt werden. Gut für die Kostenbilanz und die Umweltbilanz der Produkte. Das war es vom Hochschule Pforzheim Magazin im Mai. Ich freue mich, wenn Sie auch wieder das nächste Mal mit dabei sind. Machen Sie es gut. Tschüss! Bundeskapierkekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke